I am optimistic about the final victory of democracy. And democracy will win, if it only becomes strong. Das Thomas-Mann-Haus in Pacific Palisades bildet das räumliche und metaphorische Zentrum unserer Ausstellung. Von hier aus warb der weltberühmte Exzellent für die Erneuerung der Demokratie. Thomas-Manns Leben bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte, sich mit der gegenwärtigen Lage der Demokratie zu beschäftigen. Im ersten Teil der Ausstellung befinden wir uns im Studierzimmer Thomas-Manns in Pacific Palisades. Wir haben den Arbeitsraum stilisiert, nachgebaut. Hier wird die Biografie Thomas-Manns in verschiedenen Kapiteln und mit vielen Dokumenten aus seinem Nachlass nacherzählt. Im zweiten Teil öffnet sich der Raum auf die Terrasse in eine multimediale Gegenwart. Und hier beschäftigen wir uns mit den Demokratiebewegungen von den 60er Jahren bis in die Gegenwart. Wir glauben, dass diese Ausstellung gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig ist, wo wir uns wieder neu bewusst machen müssen, wie wichtig die demokratischen Werte sind und wie wir Haltung zeigen und wie wir uns dafür einsetzen. Und dabei an Thomas-Manns Diktum festzuhalten, Democracy will win. -Manns Diktum-Manns 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 Diktum. Untertitelung des ZDF, 2020